Die zu veräußernde vollständig renovierte 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Lichterfelde. Das Objekt wurde 1910 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 185.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.